Ampel-Koalition Rentenbesteuerung soll sich ab 2023 ändern. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Seit dem 24. November 2021 ist der Koalitionsvertrag der Ampel-Koalitionäre fix. Sicher auch unter dem Eindruck der beiden Urteile des Bundesfinanzhofs im Frühsommer 2021 hat die Ampel-Koalition beschlossen, dass es zwei Änderungen in der Rentenbesteuerung geben soll. Damit soll in Zukunft eine mögliche Doppelbesteuerung von Renten mit Beginn nach 2004 vermieden werden. Denn der Bundesfinanzhof hat in seinen zwei Urteilen ausdrücklich klargestellt, dass in nicht unerheblicher Zahl verfassungswidrige Doppelbesteuerung von Renten im Einzelfall vorliegen kann. Renten werden seit 2004 nur noch nach dem steuerlichen Ertragsanteil besteuert. Ab 2023 sollen dann folgende Änderungen greifen, im Wesentlichen zwei Stück. Anerkannte Vorsorgeaufwendungen sind ab 2023 zu 100% steuerlich absetzbar. Der bis dahin geltende prozentuale Abzug fällt dann weg. Der steuerfreie Anteil der gesetzlichen Rente soll nicht mehr bis 2040 in 1% Schritten weniger werden, sondern nur noch mit 0,5 Prozentpunkte weniger, sodass erstmals im Jahr 2060 die dann beginnende Rente zu 100% steuerpflichtig wird. Der Zeitraum der vollen Steuerpflicht ab 2040, also bis dahin war es eigentlich vorgesehen, dass dann die volle Steuerpflicht der Rente eintreten soll, wird also jetzt um 20 Jahre in die Zukunft verschoben. Ob mit diesen Maßnahmen wirklich rechnerisch eine Doppelbesteuerung im Einzelfall noch möglich sein wird, das werden sicher Gerichte entscheiden müssen oder wahrscheinlich dann auch darüber gestritten werden. Aber ich finde, eine gute Nachricht ist, dass ab 2023 die Altersvorsorgeaufwendungen für Rentenbeiträge in der gesetzlichen Rentenversicherung, auch für Selbstständige, die freiwillige Beiträge einzahlen oder auch diese Beiträge, die sie zum Ausgleich von Rentenverlusten an die Rentenkasse zahlen, dann zu 100% steuerlich absetzbar werden. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.